herzlich willkommen zu diesem random vlog die eltern sind außer haus das bedeutet der fernsehen ist unten allein mit anderen worten ich kann schauen was ich will ja und extra weil ich heute mario film bin habe ich hier auch so ein schlüsselanhänger bekommen als guten ersatz für opa shark hier das ist jetzt mein neuer schlüsselanhänger sieht der nicht gut aus ah ja und ich werde mir gleich ein paar schöne youtube videos hier drauf anschauen und ich habe hier die besten produkte hier parat ich habe hier einmal einen xxl wackelpudding und monster energy nitro der geschmack ist geil aber die farbe ist doch viel geiler jetzt passt auf guckt euch diesen grünton mal an das ist doch obergeil oder also dann ich möchte nicht lange quatschen weil ich möchte auch noch was vom abend genießen also dann euch noch einen schönen abend und ich werde es mir jetzt gut gehen lassen tschüssi